sie werden ja so schnell erwachsen was haben wir heute gemacht jetzt hier? fangen klettern und du auch? ja auf jeden fall und die auch da hinten? ja die war die beste, du filmst so ein bisschen unsere kamera brauchen also wir waren erfolgreich bettern zumindest die kinder und ich zeige euch jetzt gleich noch ein kleines video werde ich einspielen wie Anouk eine extrem schwierige strecke geschafft hat die aus drei steinen nur besteht wo alle sich verzweifelt sind außer Anouk die auch dran verzweifelt ist 50 mal aber dann irgendwann hat es mal klappt mhm kannst du? Papa ich kann man ich mach es mal Ona und ich habe mal ein bisschen trainiert Ona 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 Na, nur noch mal. Wenn wir oben schaffen. Papa kann auch zeigen, wie oben ich kann. Was warst du oben, oder Papa? Danke, Frau! Danke, Frau! Danke, Frau! Danke, Frau! Schwierigste Strecke hier für mich, wie ich finde. Ich glaube, das ist der Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt können wir wieder machen. Jetzt kannst du schon mal feiern. Ich bin der Mutterfeier. Nein. Ich bin der Mutterfeier. 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 Kurz halt nicht feiern lassen. Hallo. Hallo. Ich bin der Mutterfeier. 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 in Berlin. Du wohnst nicht mehr? Ich wohne da ja noch gar nicht. Und wir haben das ja auch nur als Fanhaus sozusagen. Ach so. Weil ich hatte dich mal angeschrieben gehabt, wo ich letztens noch mal kommen wollte mit meinem Elektro-Bike. Ach so. Ich bin der Mutterfeier. Nee, wir sind doch immer in Berlin. Wir gehen ja hier zur Schule und alle so. Okay, ich dachte, du bist komplett da runtergezogen. Tschüss, macht's. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hä? Er kennt uns. YouTube halt, ne? So ist der da. YouTube-Fan. Ja. Ja. Oh, Wacke. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon richtig cool, wenn man schon richtig seine Fans trifft. Ja, das ist witzig. Im Kopf ist das noch scharf. Dani macht immer die Nasen-Haar-Shot. Die macht immer von links unten. Nein, die tropfende Nase rein. Nein. Doch, guck. Na da, guck. Ah, die filmt immer so. Nasen-Haar-Shot. Das Radio hat ja keiner. Also, das ist mir geht zu tun. Psst. Was ist gemein? Was ist gemein? Alles gut? Das ist aber Schließzeit, mein Fräulein. Geht gar nicht. Hä? Oh, oh, oh. Hey, ja stimmt. Die haben ja... Ey, die haben mein Lieblingsspielzeugladen hier abgerissen. Ja, stimmt. Die haben den Spielzeugladen abgerissen, ja. Ja, hier war mein Spielzeugladen. Wer bist du eigentlich? Hallo, hallo. Wer bist du eigentlich? Wer denkt eigentlich, dass du bist? Wer denkt eigentlich, dass du bist? Es müssen nicht die Kinder sein, hier. Es liegt hier. Es liegt hier. Es liegt hier. Es liegt hier mit uns an. Wir gucken ja gerade die Waden an. Ja. Wir gehen jetzt nach Hause. Mal. 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 Ja, aber zu Hause ändert glaube ich schon das Video. Mal. 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 Ich beende das Video. Ich beende das Video. Nein, ich will meinen Anhänger zeigen. Adios. Zeig doch den Anhänger deinen Anhängern. Ein bisschen braun, Amiga. Ja, der ist jetzt da. Der sieht total toll aus. Adios, Amigos. Ich habe nicht meinen Haus geschlüsselt. Adios, Amigos. Ich sage jetzt einfach Adios. Adios, Amigas.